Ich habe jemanden mit Megan Hipwell gesehen, aber nicht Freitagabend. Sie hatte offenbar eine Affäre, sie hatte einen Liebhaber, das wollte ich Ihnen sagen. Ich dachte, Sie kennen sie nicht. Nein, aber ich habe sie gesehen. Und wo ist das gewesen? Ich habe sie vom Zug aus gesehen, sie war draußen auf der Terrasse mit diesem Mann. Ihrem Ehemann, Scott Hipwell? Nein, nicht mit ihm, das war ein anderer Mann und sie haben sich geküsst. Wow, was für ein Zufall hat man auch nicht alle Tage. Sie sitzen im Zug und fahren genau in dem Moment vorbei, wo eine Frau, die Sie nicht kennen, aber trotzdem wiedererkennen, ihren Mann betrügt. Ich weiß, das klingt verrückt. Nachbarn sahen eine betrunkene Frau Freitagnacht in der Umgebung des besagten Hauses. Megan Hipwell ähnelt vom Typ her Anna Watson. Mrs. Watson hat sich beklagt, dass sie gelegentlich ungebeten bei ihr vorbeikommen und dass sie einmal sogar eingebrochen sind und das Kind genommen haben. Ich weiß, das ist ein Zufall.